Wie wohnen Sie? Ja, wie ich wohne, ich habe meine eigene Wohnung. Und ja, wie gesagt, da bin ich da halt auch selbstständig drin. Und da bin ich jetzt auch in der eigenen Wohnung. Und haben Sie da irgendeine Form von Unterstützung noch zusätzlich? Ja, also ich lebe ja eigentlich normalerweise mit meiner Familie. Eigentlich normalerweise. Aber wie gesagt, ich habe jetzt wie gesagt unten meine Wohnung. Und ja, also eigentlich komme ich da eigentlich auch alleine auch ganz gut zurecht.